Ja, hier wird heute wieder in Sommer da über dem gesamten Luftraum Erfurt die komplette Menschenvergiftung durchgeführt. Das sieht dann so aus, da werden Tanks geleert und danach ist das Sonnenlicht abgedunkelt und die Temperatur bis auf 1,5 Grad runtergekühlt. Und ich hätte noch was dazu zu sagen. Bitteschön. Wo sind denn unsere Klimaaktivisten? Ist es entweder nur Heuchelei? Normalerweise dürften sie ja das auch nicht akzeptieren wollen, wenn das natürliche Sonnenlicht, was ja Vitamin D in unserer Haut bildet, abgedunkelt wird und dadurch möglicherweise die Bildung eines wichtigen Vitamins in unserem menschlichen Organismus verhindert wird. Also. Immer schön Bio kaufen von den Feldern, wo dieser Rotz drauf rieselt. Richtig klasse. 1 Euro mehr ausgeben. Für die Gesundheit. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen noch mal zu einem kurzen extra in Sachen Chemtrails. Viele haben mich gefragt, ja warum sage ich denn immer Chemtrail Deppen und Binder so deutlich und sagt Chemtrail Joten. Es gibt mehrere Gründe dafür. Erstens mal ist diese ganze Verschwörungstheorie, ich habe schon mehrfach gesagt, wirklich vollkommener Schwachsinn. Wenn es die atmosphärischen Bedingungen erlauben, ist der Himmel auch noch komplett blau und es ist halt so, durch den zunehmenden Flugverkehr gibt es halt mehr Kondensstreifen und wenn die Bedingungen es eben erlauben, dann breiten sich diese Kondensstreifen auch im Laufe des Tages immer mehr aus und bedecken dann zum Teil wirklich den ganzen Himmel. Aber das liegt eben am Flugverkehr. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Das ist alles vollkommener Blödsinn. Und warum mir das wichtig ist, ist auch der Grund, dass 80 Prozent der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Die Nazis haben sich gesagt, hey, das ist eine gute Idee, damit kann ich mit meinen Quatschideen noch ein bisschen andere Leute erreichen. Leute, die sich Sorgen machen, die denken, oh die Amerikaner machen sich ja immer irgendwas Böses und Leute, die auch ökologisch sehr bewusst sind, die immer denken, ja da ist Gift und womöglich ist das wirklich so, wie diese sagen. Für die Nazis ist das eine Möglichkeit geworden, einfach andere Leute zu erreichen und deswegen ist es für mich einfach wichtig, weil ich die Freiheit habe, wenn man beim Fernsehen angestellt ist, dann darf man nicht sagen, dass Nazis da sind und man darf nicht sagen, dass die Zuschauer einen an der Waffel haben, weil das sind eben Zuschauer, die dann je nachdem wegfallen und deswegen hat man dort diese Freiheit nicht. Auf YouTube hat man diese Freiheit, weil ich finde, Nazis sollen diese Videos gar nicht erst gucken und Leute, die an Chemtrails glauben, auch nicht und deswegen ist mir das so wichtig, während den Anfängen, dass kleine durchgeknallte Gruppen von Nazis, andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört, man merkt auch diese Militanz an den vielen Morddrohungen, die ich jetzt bekomme deswegen und das Volksgerecht wird durch Rechten und alles diese Dinge und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A keine Chemtrails gibt, dass B etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus und tschüss.